Okay, oh, weg hier. Ah, schön, geschafft. Jetzt geht's lustig munter weiter, nehme ich mit. So was hier. Es ist einfach nur noch... Ich hab irgendwann nur noch geschrien. Vor Angst. Wop, rüber. Ah, nein, 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 nein. Ich hab meinen Shootingstar nicht mehr. Ja, und renn. Gut. Und, ja, uhuhu. Jetzt haben wir unseren Shootingstar wieder. Was kam jetzt? Ach genau, einfach nur... Aber hier hab ich... So weit war ich noch nicht, dass ich hier dann gucken konnte, ob hier oder da irgendwas ist. Irgendein Geheimnis. Aber, natürlich nicht. Warum auch? Gut. Einfach weg hier. Wie ging's jetzt weiter? Ah, scheiße, stimmt. Nein. Okay, oh, fuck. Also so. Nein, also so. Yippie, juhu. Yippie, papaparapata. Und, komm, komm, komm. Oh, falsch gemacht, du kleines dummes Ding. Kaputt bist du. La, 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 jetzt hier rüber. La, la, da, die, da, da. Das Spiel ist hoffentlich irgendwann vorbei. Weil ich hab null Bock mehr auf das Spiel. Null. Ich hoffe, das hab ich in meiner Nachricht auf YouTube klar gemacht, dass dieses Spiel noch einmal zu spielen... Äh, äh, vielen lieben Dank. Hier war gar nichts drin. Doch, hier war der... Oh, stimmt, der große Phaser. Hm. Er ist aber nicht so gut, wie er ausschaut. Im Ernst. Er ist... Also, er macht drei Schüsse auf einmal. Aber, ähm... Ich nehm jetzt schon wieder alles vorweg. Das macht Spaß. Ich verrate alles. Bin der Überspoiler. So, aufsammeln. Und jetzt einfach nur rennen. Das hab ich dann gemacht. Bin dann einfach nur gerannt hier. La, 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 la. So nach oben. La, 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 la. Das aufsammeln. Oh. Das war jetzt doof. Wow. Das war echt... Bemerkenswert schlecht. Scheiße. Das ist egal. So, die sind einfach. Welchen Weg? Ich bin den... Wow! Ja, da sehen wir schon. Die Hölle, die anfängt. So. Viel Spaß. Ach, kacke. Okay, ich bin... Nein. Nein, nein, nein. 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 Es ist so doof gewesen von mir. Okay, gut. Ah, okay. Nicht gut. Jetzt fliehen, fliehen, fliehen. Wow, 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 wow. Jetzt den Dreierphaser. Ah, fuck. Speichern. Gut, gut, gut. Einfach die ganze Zeit ballern, weil dann sind die weg. Äh, warum stellst du dich rein? Hab ich dir den Befehl? Nein, ich hab ihn dir nicht gegeben. Ah, fuck it. So, nochmal eins. Wop. Äh, du. Ey. Dieses ganze Spiel. Ich hab mich die ganze Zeit hier so nur noch aufgeregt, dass er läuft, wie er irgendwann nur noch Bock hat. Er ist so lustig mit seinem Laufstil, oder? Er ist so ein kleiner Knuffelarsch. Geil. Ich könnte reinbeißen in die Spielverpackung, die ich habe. Ähm, Hust, genau. Ich habe ja das Original hier, weil ansonsten, Hust würde ich das Spiel nicht spielen. Hust. Hust, Hust, Hust. Ähm, cool spielen ist auch schwul spielen, irgendwie. Was nicht heißen soll, dass ich irgendwas gegen schwul hab. Nein, aber wenn ich schwul spiele, das ist einfach ein Ausdruck. Ich spiel schwul. Ah, ein sehr lustiger Boss. Ein äußerst lustiger Boss. Hüpf, 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 hüpf. Nein! Warum? Ich hatte davor... Oh, nein! Ich hatte davor echt eine Taktik, wie ich ihn... Was? Warum schießt er denn jetzt hier weiter? Das kapier ich grad nicht. Das hat er vorher nicht gemacht. Was? Das ist nur kaputt. So, dann bin ich hierhin, dahin, dahin, dahin. Ja, was? Seit wann macht er das? Okay, er ist tot. Das ist mir jetzt auch egal. Also, er ist weg. Weg ist weg. Dreck ist Dreck. Hier oben gab es gar nichts. Einfach mal einen leeren Raum. Auch schön, Spieleentwickler. Äh, Applaus von meiner Seite fürs Nichtstun. Schön. Mach ich auch manchmal, aber ich hab einen Grund dazu. Ha, 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 ha. Denn ich bin Funk-Royal. Badam, badam. Meins. Was? Stimmt. Ne, ne, ne. Dann noch... Toll. Ja, die machen auch nur so Trilliarden Schaden. Und jetzt? Und flü... Wow. Hä? Gut. Wow. Ist das... Ey, ist das ein Arsch, dass er... Alter! Das sind so die Gegner, die irgendwie alles voraussehen. Und dann so... Ah, du springst dahin, also stellen wir uns dahin. Du bist tot, Freundchen. Tot, tot. Was soll das? Ey. Na, 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 komm. So, gut. So langsam krieg ich hier leichte Aggressionsschübe wieder. Aber davor waren die richtig schlimm. Also davor war... Das kann man nicht mal mehr Aggression nennen. Das war Hass. Gnadenloser, grenzenloser Hass gegen mich, gegen alles, was lebt. War einfach geil. Hättet dabei sein müssen. Ne, lieber nicht. Deswegen, dieses Video wird es auch nie zu sehen geben. Ich hab's schon gelöscht. Hab alles schon horrorsorglich gut gelöscht, weil... So etwas wird nie wieder auf mich zukommen. So ein Gebrüll. Ah, ah. Das ist relativ einfach hier. Ah, nur, wenn man's nicht so macht. Böp. 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 Oh, wow. Wow! Geil! Spring, wie du lustig bist. Ey, wow! Spring, wie dir der Pfeffer wächst. Geil, ey. So. So. Oh nein, 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 nein. Ja, ja, gut. Boah, gut. La, 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 la. Der ist jetzt sehr eigenartig, der Gegner. Wow. Schön falsch hingestellt. Wow. Schön falsch gemacht, Fang. So. Spring. Jetzt drängen wir ihn erstmal bis dahin. Merken wir uns das. So. Er ist da. Jetzt rankommen. Raufspringen. Wegrennen. Treffen, treffen. Zurück. Treffen, treffen. Ah, shit. Nein. Äh, ja, ja, doch, doch, doch. Genau so. Und. Schön, 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 schön. Und er ist weg. Gut. Äh, für den Gegner hab ich ungefähr auch ein paar Minuten mal wieder gebraucht. Also, nicht verwundert sein, wenn jetzt alles so schnell geht. Davor saß ich da und hab gesagt, wie geht der, wie geht der? Ach so, da ist ein Schalter. Gut, geh ich mal rauf. Ah, geschafft. Gut, tschüss. La, 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 la. Zehn Minuten hat dieser eine Tempel jetzt gedauert. Schön. So. Weiß ich den Weg noch. Jetzt wird's lustig. Onkel Funk steckt in Schwierigkeiten. Ah. Du hast es geschafft. Wir speichern mal wieder dein Spiel. Bitte mach Konsole aus. Tschüss. So, ich bin hier lang gegangen. Wow. Wow, wie war der Weg? Oh, verfickt. Unten? Oh, fuck. Ich weiß ihn wirklich nicht mehr. Ich bin ihn, glaub ich, durch Zufall einmal richtig gegangen. Und dann nie wieder. Wir gehen hier lang. Es müsste jetzt nach unten gehen. Ja. Und dann nach links. Nein. Das sieht schon falsch aus. Ah. Ja. Scheiße. Ah, ich hab es Provo-Zeit. Wow, Probocopter. Ah, nach rechten. Da, di, da, di, da, ta, ta. Ich hätte jetzt gern irgendwie so einen Vorspulknopf. Aber ich weiß nicht, auf welcher Taste ich den gemacht habe. Also müsst ihr euch damit beglügen. Da ich das Spiel in Originalgeschwindigkeit spiele. Hey, ho. Let's go. Äh, dann hier lang. Oder? Ah. Ich hab keinen Plan mehr. Ich hab mich auch nur noch aufgeregt dann. Also, dann war mein Kopf nicht mehr frei für... Hä? Solch schöne Sachen wie das hier. Das ist wieder falsch. Das seh ich jetzt schon. Ja. Ah. Äh. Aber die schlimmste Stelle wird ja erst noch kommen. Ich bin ja jetzt noch ganz ruhig. Also ganz im Ernst. Das ist ja... La 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 sag ich nur. La 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 la. Bananas in Tangas. La 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 la. Ähm. Ja, ab hier hab ich dann auch so ein bisschen über das Spiel geredet. Ähm. Weil. Das Spiel hat ziemlich abgebaut. Also. Ja. Finde ich. Ich fand am Anfang alles wunderschön. Die Idylle. Inseln. Bla. Hast du nicht gesehen. Alles Knorke. Alles geil. Und auf einmal macht es so einen riesen Bruch. Und du denkst dir. Äh. Okay. Jetzt Raumschiff. Jetzt wird alles verworrener. Delfine. Es hat irgendwann keinen Sinn mehr ergeben alles. Deswegen. Also ich find's schade. Das Spiel hatte am Anfang sehr viel Potenzial für mich. Und immer weiter mit der Zeit mochte ich es immer weniger. Und ja. Das habt ihr natürlich auch gemerkt. Ja. Das tut mir leid. Aber pff. Ja. Was passiert halt mit dem Spiel, wenn's nicht gut ist? Ich mein, bei Metroid Zero. Mischen was ganz anders da. Was andersrum. Da war das Spiel am Ende tierisch geil. Aber. Hier einfach nur. Die gleiche Musik. Diese langweiligen Szenen von wegen rumlatschen. Was nix bringt. Wow. Du hast noch einen magischen Würfel. Gagagagaga. Und du fühlst eine merkwürdige Kraft in dir selber. Und. Dein Lebenslevel ist bis zum Ende voll krass. Alter Fettes. Ey. Okay. So. Weiter geht's. Komm. Mach einfach hin. Bitte. La 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 la. So. Alles ist bereit. Nun. Auf zum letzten magischen Würfel. Oh. Was ist das? Oh. Die drei Fragezeichen. Justus Jonas, Peter, Sean und Bob Andrews. Oh. Du schreist. Es bewegt sich. Ein Erdbeben? Nein. Kein Erdbeben. Es ist Spider-Man. Nein. Wir heben ab. Wahnsinn. und die beste abheb-sequenz erentar schaut euch an Wow 1 FPS pro Sekunde Wow ich fühle mich als würde ich wirklich hochfliegen Wahnsinn . will ich das noch länger machen nerve ich euch So, wir speichern deine Daten, lalala. Achtung, der finale Kampf, das Alien-Space-Chip-Kreis um die Erde. Beeile dich und finde die netzen magischen Würfel, babada, babada, babada. So. An, aus, an, aus, an, aus, okay. So, jetzt... Ja, jetzt kommt jemand...